Zum ersten Mal hat ein aktiver Theologe aus dem Vatikan seine Homosexualität öffentlich gemacht. Er gab in Rom eine Pressekonferenz zusammen mit seinem Lebensgefährten. Zuvor war ein Zeitungsinterview erschienen, in dem der aus Polen stammende Priester die Position der katholischen Kirche als rückwärtsgewandt kritisiert hatte. Der Vatikan kündigte daraufhin seine Entlassung an. Morgen beginnt eine Synode zum Thema Familie.